Aufgaben wieder machen. Ich wusste es. Ich wusste es. Kaffee ist alle. Aber um die Uhrzeit trinke ich auch keinen mehr. Sonst hänge ich nachher wieder so durch. Und meine Freundin habe ich schon. Also, gute Freundin. Ja stimmt, ich habe nicht mehr diese Ausbildung gedacht. Als Hauptmann links da kommt da. Gut, bis dann hier erstmal. Jo, alles klar. Sorry, ich war nur wegen meinem Bewerbungsgespräch vorhin. Was sehr gut lief. Bald habe ich wieder eine feste Entstellung, deshalb kniete. Und ich mag Knete. Das ist was hier. Und ich mag Knete. Das ist was hier. Das ist was hier. Wieso werden bei... Das regt mich so auf, dass Zuschauer bei Twitch nie richtig angezeigt werden. Ich könnte wirklich durchdrehen. So, also wie viele haben wir. Boah. Oh, ich liege ja unter Wasser der Welt nicht. Oh, ich liege ja unter Wasser der Welt nicht. Oh, komm mal durch. So. Okay. Hier gehe ich erstmal zurück. Ich will mich erstmal ordentlich umgucken. Okay. Wo die Shades sind. Ich gehe erstmal nach rechts. Hier ist nix. Außer ein Leben. Das nimm ich mit. Oh, Gott sei Dank. Wenn du eine kurze Zusammenfassung deines Fortschritts in einer Welt willst, drück Handbuch um die Handbuchseite... Drück Handbuch. Ich wusste es. Wie ihn gepunkt hat. Hm, Ananas. So. Jetzt wirst du hinterher als Zuschauer nicht angezeigt, obwohl du dabei bist. Jetzt wirst du hinterher als Zuschauer nicht angezeigt, obwohl du dabei bist. Naja. Ist doch egal. Nein. Boah. Schmack. Hm. Wieso habe ich das Gefühl... Ich sollte hier mal nachschauen. Oah. Was macht denn der hat? Der Knoll. Hier. Buh. Wie. Buh. Wie. Hier könnte ich reiten aber ich gucke mich erstmal ein bisschen um, das ist meist ein bisschen besser Das ist aber weh, wenn es weiter pumpt Hier Sparks können wir Durchschweben kannst du noch weiter gleiten Ich weiß nicht, hier komme ich her Killed Die stehen aber auch richtig bekloppt da Die stehen aber auch richtig bekloppt da Von den Edelsteinen Das ist gut Oha Jungs Es hat geklappt, der Oktopus hat den Kerker Schlüssel fallen gelassen als er mich geschüttelt hat Jetzt kann ich meine Freunde befreien Ah, jetzt wissen wir auch wo wir Standy haben Von der anderen Karte Oh, bevor ich es vergesse Einer dieser Rhinoxer hatte dieses Ei in seiner Brot Dizzy So Dann haben wir den A Bären Wir werden jetzt noch nicht abhauen Warte mal, hier komme ich her Hier komme ich her, oder? Ja Die Sache erstmal ganz in roh checken Oh du Sag jetzt mal keine bösen Wörter hier Sag jetzt mal keine bösen Wörter hier Na guck mal, da können wir wieder mit Shader spielen Oh hi Spyro Einige meiner Robbenfreunde wollen eine Rhinox-Festung stürmen Ich wollte ihnen gerade helfen, ich liebe den K... Dünn Sie kann bestimmt nicht schwimmen Sie kann bestimmt nicht schwimmen Doch, aber nicht so gut hin Doch, aber nicht so gut hin Oha Vielleicht nicht so gut hin Vielleicht einfach so... Ja Hi Sheila Die Rhinoxer haben eine Festung an unserem Strand gebaut Und wir wollen sie in die Luft jagen Du musst nur erst alle Geschütze für uns zerstören Wir zünden jetzt eine Bombe Also sorg dafür, dass alle Geschütze Platz sind Das ist so ganz easy Achse Ich hab dich Geht Achse Töne Gut Achse 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 Ah, das macht Spaß. Wow, ich habe die Explosion echt überlebt. Gut, dass... Molly. Dann gibt es hier noch mehr. Unser Strand ist dein Strand. Hier komme ich her. Ja, hier komme ich her. So war das jetzt nicht geplant. Das war jetzt die Mission hier. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Dafür habe ich jetzt ein Leben ausgegeben. Das ist ein Leben. Dann kann er nicht alles haben. Dann muss ich wieder zurück. Plopp, 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 plopp. Schon über 1000 Edelsteine. Voll gut. Hier komme ich her. Müssen wir weiter. Oh, hier war noch so ein schwarzes Ding. Ich hatte ein Drachenei für dich. Aber ich habe damit unseren superschnellen Abflusstunnel getestet. Die gute Nachricht, es ist heil am anderen Ende angekommen. Die schlechte Nachricht, jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Der Tunnel ist voller Rhinoxe und schwimmender Minen. Du bekommst das Ei nur, wenn du alle... Oha! Du musst alle... Du musst alle... Das wird ja lustig. Das macht mir jetzt schon Spaß. Oh, das geht nicht nach oben und unten und links und rechts. Das geht eigentlich. Boah! Aber die Steuern ist schrecklich. Ich habe mich das Gefühl, dass er mal schneller wird. Ich hasse so eine Mission. Kann ich irgendwie abbremsen oder so? Ich habe ein Gefühl, ein Gefühl. Dieses Ei hat eine überraschend gute Strömungsdynamik. Oh Gott sei Dank. Wir gehen jetzt nach Hause und dann geht es weiter. Wie viele haben wir noch? Drei. Wie viele haben wir noch? Erstmal umschauen kurz. Nicht immer Steuerung und sowas machen. Steuerung? Ich spiele mit Thunderstrike Controller. Ich erinnere mich an die eine Karte von... 2, 3... Spyro 2. Ich habe hier schon. Ich kann es kaum erwarten, dass die Rhinox ein neues U-Boot bauen. Nächstes Mal fahre ich. Ich fahre hier doch schon. Das Bubu zu fahren hat Spaß gemacht nächstes Keine Ahnung was hier vormittelt. Ja hier war ich ja schon. Oder? Wieso steht da ein Gegner? Ich weiß auf jeden Fall dass ich diese Eier brauche. Das war im ersten Teil auch so. Ich habe diese ganzen Nebenmissionen nicht gemacht und durfte das ganze Spiel nochmal neu spielen. Das dürfte alle Level nochmal ablaufen. Also mache ich das diesmal anders und sammle die Dinger gleich. Ich werde mir das nicht nochmal antun. Unglaublich. Dann nehme ich schnell die Karte nochmal durch. Zwei müssen mir ja noch fehlen. Unter dem Dock? Fragezeichen, Fragezeichen. Unter dem Dock. Wo ist hier ein Dock? Hier waren wir. Hier kannst du da auch springen. Wie kommt man hier rüber? Wie komme ich denn da jetzt hoch? Mit Spyro auf keinen Fall. Oder vielleicht doch. Wie ist das? Jetzt kommt das für mich anstehen. so you're only you